Auf ins Gefecht! Battlefield! Wo bist du? Ja, man legt mir grad nicht wieder. Zum Zimmer. Ja, wo bist du nicht, was machst du? Ja, ne? Stankstelle, Büro, sonst wo ich bei dir dann nirgends. Baustelle. Toll. Oder wo ich nicht bin. Müsste D sein, Spawny bei C. Da mal los, ich hab die F2000 freigeschaltet übrigens. Das schön. Alter. Gott, da kommt mir aber einer nach. Boah! Ich bin da explodiert. Ah, ey! Achtung, ich hab mit feindlichen NG-Schützen gesichtet. Holy moly. Blöden Scheiß-Kammer, ne? Unfassbar. Jawoll. Ja, los, ruhig. So ein Auflänger, ach schon. Ich mag die F2000, also wirklich im Nahkampf ist die geil, aber auf das ist dann zack die übelst. Der streut extrem. Aber die Feuerrate ist ziemlich geil im Nahkampf. Sauber. Guck mal, steigen wir schon gut an mit zwei Kills, ey. Oh ne, da ist einer. Kann ihn leider nicht wiederbeleben. Mein Gott, ne. Scheiße, der Panzer hat mich gekillt. Boah, letzte Zeit kommt aber auch wirklich nix raus, ey. Aber bald kommt Devil May Cry raus, dann werd ich dann wieder zocken. Sollte auf jeden Fall geil werden. Ist das bei der Baustelle immer noch? Ja. 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 Ich hab' da reingenommen. Uh! Hey! Uh! Ja, da kämmt der Maus, Pisser. Na, Arschler. Da ist so einer. Na, komm mal raus. Ihr habt die gesehen, Kollege. Öff da mal ne Granate hin. Ich hab' die gesehen. Ey, wir sind hinter mir. Weg bist du. Ich komm mal, wie da hinrehen, ihn wiederzubeleben. Najajajaja. Boah du, du, du wiederbelebt, Glauer du. Du Asper, jetzt. Bist du auch verreckt? Dann kloppen wir uns dann, wenn den wiederbelebt. So geil, ey. So fein Pisser. Kloppen uns, wenn den wiederbelebt verrecken, mal. Aber du hast den noch gekriecht. Ja, aber der Typ hat gelebt. Dreck. Ah, meine Schuld! Okay. Gott. Da hab ich grad einfach mal so keinen Sound gehabt. Ah, uah! Doch, schön. Passiert. Wow! Jao! Ey, da wirft direkt eine Granate auf mich, ey. Irgendwas hat mich gekillt. Irgendwann im Graben. Dämliche Versorgung, ey, wieder. Der Bic und so. Boah, der kriegt gleich einen Bic und so, sonst würden. Ein bisschen vorsichtiger vorrücken, ey. Wo ist der denn? Du blöden Camper. Dreck, sack, sau. Dreck, sack, sau, sack. Ja, dreck, sack, sau, bis gut. So sieht so aus. Die campen auch immer so dreckig, ne? Ja! Oh, da konnten wir ja noch von ihnen killen. Na, wenigstens hab ich den noch gekillt, ey, bevor den Panzerengen muss. Von allen leid, das ist ja furchtbar. Aber pass mal um auf, wenn man Häuser beitzt will. Die krabbeln da rum. Ja, ja, ich weiß. Von der Kriege ist er. Na, einer ist schon draufgegangen, hab ich grad gesehen. Pass auf, das ist einer. Oh, Albers. Ich weiß, der Wohne-Berge. Der Wohne-Berge. Der war schon nicht zehn Kilometer gegen den Wind geschossen und dich getroffen, ne? Ja, ich weiß nicht, wo der liegt gerade, Wago. Äh, der wird von der Treppe geblockt. Oh mein Gott. Hier kann man so schlecht. Ach, der ist ausgestiegen. Du Spacke, ey. Oh, ich seh die von hier oben schön. Mal gucken, ob ich die mit Mörser zerreißen. Ach, Mörser, Granatenwerfer. Wie schön, wenn die einen hätte. Oh, der geht da zur anderen Seite. Sprengstoff vernichtet, aber ich schieße die aus mir. Oh Gott, von der Seite. Jetzt muss ich aber mal nach oben. Okay, das war keine kluge Idee. Wow. Ich sollte runter, ich sollte runter. Und zwar ganz dringend. Von wo schießen die denn da? Von hinten. Am Meer dahin. Ich bin gleich eh tot. Ja, komm nur jetzt zu mir. War keine kluge Idee, aufs Haus zu gehen. Wenn man jetzt gerade nicht Sniper hältst, da sieht dich einfach jeder. Bist du immer noch Büros? Ja, ja. Ja, die kommen jetzt alle von rechts am Strand. Kommen die alle, hab ich gesehen, von oben. Da wurde ich gerade gekillt. Aber da muss ich auch fassen. Ja, überall. Da fliegt der Hubschrauber hin. Oh, Alter. Ich komme... Nein, nicht sterben. Die sterben auch immer dann, wenn ich einen Defibrillator ziehen will, ne? Oh, hier muss ich vorsichtig sein. Ey, die rücken mir alle voll. Ich will nicht zu weit nach vorne gehen, weil hier kaum Deckung ist. Ich weiß, ist denn nirgendwo lauf? Da war da einer. Ja, eben. So, kann ich jetzt mal runter hier? Ganz wichtig sowieso, dass die alle mal spotten würden, ne. Ach, dann macht doch nicht keiner. Ne. What the fuck? Oh, haben wir wieder... Ich wurde... Das ist auch gar nicht. Das hat auch schon mal gehabt. Das ist richtig dämlich. Ich stehe irgendwo rum, ne? Und plötzlich wurde ich gekillt von irgendeinem. Und dann werde ich wahrscheinlich das Team geswitcht. Ja, eindeutig. Ich wurde schon gar keinem gekillt. Das sind solche Affen. Ohne Mist, ey. Das Team ist voll. Nice. Naja, spielen wir erstmal hier weiter. Dann komme ich gleich wieder rüber. Ey, das ist so dämlich. Das hatte ich jetzt schon öfters. Tut so, als ob sich jemand gekillt hat, ey. Und wir müssen ein Team geswitcht. Alter, so wie ich denn stehe ich denn immer. Scheuer. Ich versuche gleich wieder rüber zu kommen. Erstmal hier fahren. Oh Gott. Oh mein Gott, das ging ja sogar driften, ey. Ich muss doch die Jeeps driften können. Ja. Beziehungsweise die Buggy's oder was? Oh, jetzt drehe ich aber die Kurve hier nicht. Oh. Der ist schon wieder verreckt. Aber einen konnte ich wieder beleben. Immerhin. Aber überall irgendwie. Oh mein, was soll das Team jetzt mitschieren? Kann ich, kann ich, kann ich. Aber ich kann nicht escape drücken. Ja. Fünf Jahre Welt, mein Verfolger. Ihr angezeigt. Schön. Jawohl. Kann ich mal in deine Squad gehen, ey. So geil. Mein Delta. Mit der Bros. Denken wir mal los. Mag dem ja nicht so. Wo sitzen die alle? Ist es eine Ahnung? Äh, in der... Fabrik eigentlich, Mann, ne? Den nehmen wir jetzt ein, ja. Ne, jetzt sind sie weg. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich bin die Jogsfänger da eingenommen, sieh ich grad. Die haben wir... Ja, da bin ich ja gerade. Ja, die müssten alle bei denen sein, da hinten war die meisten, haben wir gerade gesehen. Ja, da kommt ein... Da oben ist ein... Ja, da oben ist ein... Ja, da oben ist ein... Oh, liebär. Was weiß ich, seit neuerdings auch hast du einen Helikopter. Wenn die sich über einen testen, ne? Ja, die sind toll, ne? Ja, das ist schlimm. Das ist schlimm. Ne, nur schlimm. Ja, die kommen mit seiner Fabrik hier. Hm. Wir werden mal versuchen, hier langsam fortzurücken. Ich will die F2000 möglichst weit aufleveln, bevor ich die nächste Waffe nehme. Will jede Waffe einmal testen. Und mit dem neuen Patch, der bald kommt. Wird sowieso bald alles wieder anders. Hier ist einer Ghoulmind und hier ist immer einer Squad. Boah. Was nen Name. Ist doch nicht mein Charakter in Diablo. Haha. Oh nein. Ja, wie ein Scheiß. Morgen haben wir die weit zurückgedrückt. Ey, sind die schon alle am Spawn, oder was? Ja. Scheint wohl so, ey. Wenn Renni ein Stück vor mir vom Sniper gekillt oder hänger und Mist. Ja, pff. Haben wir schon mal Helikopter. Ich kann doch sicher drehen. Ah, ich komme nicht so mit dem Dingmaschinengewehr. Komm, ich bin tief, komm, ich bin tief, kann doch nie wahr sein. Du fliegt so, jetzt. Ich hab schon mal Helikopter mit dem Dingens abgeknallt. Das geht. Die müssen still genug stehen. Da müssen wir ein bisschen Lack haben. Ich schau nochmal, wie der... Oh Gott, der schießt gleich auf mich oder so'n Scheiß. Naja. Sonst kann es die Pioniere machen. Sag mal, hier ist keine Sau. Was ist los? Nee, ich weiß. Das ist doch irgendwie wieder komisch. Da sind wieder alle Punkte weg. Das ist selten. Ich hab' eigentlich viel gekillt in der letzten Zeit. Ja, wir sind Kämpfer. Naja. Das bemerkt man ja schnell. Ich glaub, der Panzer war voll. Ich renne hier rum wie so'n Belserker. Bist du vor mir? Bist du da? Ja. Rennen ins Haus. Ich bin hinter dir, pass auf. Ja, ja, hier war grad einer. Oh, Granate. Da flog eine Granate. Ja, ich hab' den Sniper gekillt. Dreck. Von hinten. Oh, shit. Vorrat einer im Jeep, den hab' ich immer nicht gekriegt. Ich mag die F2000, ich's gut. Da kann man noch mal ein bisschen draufballern, aber wirklich auf lange Distanz kannst du nicht weggehen. Ja, wo ist der Sniper? Ja, wo ist der Sniper? Pass auf, ihr schießt. Ja, ne? Ja, irgendwie nen Berg. Wo in den Berg? Komm, da müssen wir ein Volkslied draus machen. Da liegt ein Sniper. Oh, in dem Berg. Da liegt ein Sniper. Da liegt ein Sniper. Erzähl die Geschichte des kleinen Sniper. Achso, jetzt kommt ein Panzer und überfährt den Sniper, ne? Sniper, Bein, das war halt der selbe. Mann, ich weiß, ehrlich gesagt, ich will jetzt in der Sniper. Was auf, jetzt sei einer markiert, eine Karte. Der ist hier oben drauf, glaub ich. Ich hab mal ne Granate da hingefäffert. Ich glaub, ich hab die drüber geschmissen. Der ist oben drauf. Was, ein Dach da bei uns? Jaja, da wo der angezeigt wird. Mir wird nix angezeigt. Ja, mir wird angezeigt. Ganz oben auf dem Turm, jaja. Auf dem Turm? Der muss gelandet sein. Ja, hier der. Und in der Halle ist auch einer. Der kommt grad rausgelaufen. Irgendwer hat die Markiert. Das ist sogar zwei. Pass auf, von rechts. Ja, ich geh jetzt mal den Killen, der da rumturt. Ich weiß nicht, in welchen Leiter der guckt. Ich hab ihn gekillt, hat er noch ganz wenig lag da am Truck. Der liegt da oben oben. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die da hochgeklettert sind. Gibt's an der Leiter? Ich hab die Wüste. Ich denk mal, mir ist mein Hubschrauber. Damn. Boah, was ein Tiefflieger. Boah. 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 Ich hab den schon abgestellt. Ja. Ja? Da war so ein Jet, der ist übelst knapp über der Straße. Ja? Da ist einer runtergefallen, glaub ich. Der kreist so. Da! Ja, ich hab ihn! Der hat sich abgesetzt. Oh fuck! Oh, wurde ich überfahren, ey. Kommt die denn jetzt auf einmal? Ja? Der sei einer mit dem Fallschirm vom Turm runtergefallen. So, ne? So, geglitten so, so, ne? Ich hab dich nur in der Fallschirm. Gegelebt. 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 Ja. Da konnte ich noch nie. Ich konnte ihn noch nie. Du Pimbel! Spacco. 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 So wey, dey Arschloch. Erkennbar sind eigentlich die schlausten Intelligenz im Wesen überhaupt. Ja, aber nicht wenn sie es halt, also nur Menko schießen. Ja, aber wer im echten Krieg rennt denn so über die Kato und macht da noch Rambo? Nein. Ich weiß nicht auch nicht. Ja. Ich wahrscheinlich, hey. er hat er auch einfach drauf tritt schon ein bisschen drauf gesucht und das ist ein gekillt jetzt gehen wir mal zu C ja und schon werden geschossen ja dann wird die Karte dann direkt mal gewechselt Alter wie sie sich denn das ist ein Gescheu ich könnte Medikamente brauchen ich hab nie eins dabei ich spiel meinst du mal drauf an sie äh C ich bin da irgendwie mit der Karte aber ich hatte Angst vor dem Sniper oder dir? ne doch hinter dir bist du hinter dir? hallo hallo die hast du gesehen? ne Alter leg dich hin ey oh Gott ich pack das ab du hast mir echt den Hintern gerettet naja hab den Hintern gerettet oh Gott da kommen wir jetzt da haben noch 14 die sind da irgendwo an der Gebärde hat den schon einer da ist nur einer im Haus ist auch immer da müsste hier gleich endlich rauskommen jetzt ist er oben warte mal naja granate pfeffern naja ist vorbei da sind zwei jetzt noch ja Hilfe bei Kill hab ich bekommen ich hab 100 Punkte dafür bekommen blöl 109 Hilfe bei Kill und dann irgendwas für Sichtung oder so kann man hier richtig gelesen naja das Spiel war ja schon im Progress gucken wir mal ob wir gleich reißen können ich hab ne schallgedämpfte Pistole jetzt freigeschaltet mit meinem Rang vor und schon weiß ich nicht mit 80er so wie es lustig macht nur so auch Bokokokokos die erste gar nicht jedes mal wenn ich hier lese ich fliegt dass man hat eine große Leer Weiß ich nicht wie er ja nicht denken der Gelder hier auch nicht betrigt das wahrscheinlich so ah so jetzt habe ich Verstand und dann könnte also mir das nochmal erklärt Ja, wo bin ich nicht.